was getroffen auf den kopf was auf den kopf spielen ja klar wer hat es so nötig wollte das dankeschön für den twitch primaries ab 50 federn ja 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 so ja ist genug okay also in einem kleinen heim tief im dunklen wald steht ein verschlossener käfig ja er ist leicht zu finden aber es ist kein schüssel in der nähe grabe direkt darunter okay warum ist hier kein zutritt für uns einfach so normales haus hier schon wieder ach so die sprecher satz verdeckt mein honig man haltet die diebe ja das ist doch das ideale für den topf der wollte ja was süßes dann aber hier auch den alternativ level bestimmt ja es ist das gute zeug mal probieren sollte meine gute laune aus und bevor ich wieder depression versinken aber stolz mich bloß nicht an ich könnte sonst etwas verschütten da seht ihr alter lecker ich schmecke richtig gut ein honig level oder wat odoincon country zwei vibes kommen da hoch leute die vibes so gut erst mal noch die der tunicum aus der truhe wenn er gesagt hat dass der schlüssel ja direkt davor ist sei sei katsu dankeschön für den tütsprinzip vielen dank ich sollte irgendwo noch von anderen sein werden auch so wieder geheimer schilder und so weiter ich frage mich welche bosse oder normale typen wir noch sehen werden aus dem ersten teil alles angucken so grabe direkt davor oder dahinten darunter hat er gesagt ja ganze key wo einer von der zunge in den von der hand in den mund so komm mal her super so nah warte mal super so nah das ist so ein angriff von laley von fruja alles gekillt das ist gut hier ist dieses spendable fledermaus ihr könnt aufmachen 15 aber gerade so ausgetechnete wahl freunde ist mir eine ehre durch geschäfte zu machen habt ihr seid auf dem besten weg das nächste abenteuer zu meistern wieder mal dank frau da ich habe erst mit honig wenn wir machen honig das honey level wie mit der herren wieso wahnsinnige seit über das leben wird noch schaffen können wir erst mal pause machen nach einem level noch das habe ich ja alle lebe hier wenigstens einmal durch ne fehlen noch ein paar geheimnisse habe ich jetzt nicht gefunden aber egal finden wir alles noch ist erstmal nicht wichtig erst mal ist das rohlich level wichtig also halt kurz wie geht es wieder weg geht das mittlerweile von alleine weg tatsächlich oder muss er sich beeilen ok fest säbelblatt umgehung fest wird wird so nach dem von wegen feste feiern oder feste stuhl gegangen also was denn jetzt mal gucken ist honig eigentlich fest und ist auch so schön das klebrige zeug können wir bestimmt irgendwie gebrauchen das ist aber richtig doggy kong country 2 die musik hier geht es aber rein oder auch nicht mit dem ding im maul ist aber okay gut ich kann ein bisschen klein springen bis ich da raus bin wartet mal wenn ich ganz feststecke ja ich muss auch kurz testen ok ich kann das nur einmal machen und das alles wieder safe gleich nochmal die endlich ist voller honig dazu gekleistert ich will doch bloß große glänzende talerchen will ich haben hoch und ich weiß die die er ist auch hier für keine andere wahl hier wieder aus den fenstern läuft da ist noch ein schlüssel erste münze gleich mal check pointen jetzt habe ich da jetzt hoch hier Na gut. Na komm schon. Entweder ist das eine Münze war, ne? Das ist bestimmt eine Münze, oder? Nein, dann wartet mal. Der Kalter bestimmt hier erstmal wieder richtig fies. Der kann nicht nochmal sterben. Der muss sterben, Leute. Da ist bestimmt eine Münze. Ich weiß nicht, wie stirbt man denn jetzt? Gott sei Dank war die Tür da. Das ist jetzt nicht geklappt. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Hops. Ja, wir sind jetzt nicht wirklich was Wichtiges, ey. Das ist bestimmt nicht Wichtige, aber ich will trotzdem arbeiten. Ach scheiße, ich muss ja sogar... Einmal noch. Das lückt mir so suspicious. Wo wir ja quasi eigentlich erst eine Münze gerade erst bekommen haben. Trotzdem. Oh nein! Laylee, was machst du? Ach scheiße! Die Dauer verlegt aber echt Federn, ey. Naja. Soll das irgendwann an Federmangel leiden, dann muss ich doch mal irgendwie off-screen, zwischen den Streams einfach mal Federn sammeln. Und alte, bereits abgeschlossene Level einfach nochmal machen. So, vielleicht würd ich die auch einfach vorher, die Viecher hier. Die Nerven da. So. Ha! Wusste ich es auch! Seht ihr, Leute? Einfach geduldig sein und einfach nochmal probieren, dann klappt das schon! Hm. Am besten passt das Yum jetzt mal zum Honig-Level. Also ich muss echt mal... Ich muss ein paar Federn mitnehmen, ey. Die Tür wird ja nur der Alternativweg sein, ne? Oder? Ne, warte mal. Was ist das für eine Tür? Beide. Warte, nach dem Blöphel machen wir mal ein kleines Päuschen, ne? damit jetzt bräuchte für was eine frucht macht die spinne irgendwas diese sachen der belohnung muss ja wie wichtig sein ich nehme sie aber lieber mit und last lady zurück klinge linge linge da kommt sie also kommt jetzt hierhin weiter damals nicht ging aber ist das der richtige weg oder eine abkürzung also das ist der richtige weg natürlich das ist eine option vorweg zum letzten checkpoint kommen wir nicht mehr zurück wargamer dankeschön für eine münze verpasst offensichtlich so da ist eine bombe das war man doch kann wie ganz anders und zwar nicht wenige und den macht das natürlich nichts aus einfach in die luven könnte das sein man warum man schon funktioniert sachen wie anders als sonst oder so eine ente raus leilie komm jetzt her leilie komm her oh shit ja valos dankeschön für deinen risa dankeschön das ist immer noch eine münze aber bisher würde ich sagen dass so münzen nachholen das sollte nicht das sollte nicht schwer sein dann mache ich zum schluss nochmal dann sehen wir nochmal zum schluss noch ein paar schöne level dritte war offensichtlich dass ich die verpasst habe leider das ist wirklich alles schön stillgelegt jetzt alles verklebt oder was ich kann man auch rauskriegen wenn man eine münze hat und das weiß ich gar nicht vielleicht mit dem tunikum von wegen münze behalten wenn man sie einmal eingesammelt hat müssen wir noch mal gucken müssen wir noch mal gucken irgendwie ist ja ein tunikum von wegen ja behalten die münzen ich glaube selbst denn ich weiß nicht wofür das geht das ist einfach weg von dir der fels sieht komisch aus die ecke hier da ist einfach nix dahin da nö mal gar nicht aber 2 1 2 2 2 2 3 Versen ich bin weg man dann ist mir alles viel zu crazy einer sich knapp pascal dankeschön für den zapf vielen dank ich wittere eine münze sie bedachten mich nur ein übersehen ideal zum pause machen mein steiner armee der 16 sehr schön so ein bisschen so noch mal in beide versionen der welt müssen sie so noch mal rein jetzt können wir aber eigentlich so weit alles erledigt und können doch halt sowieso ins nächste gebiet okay hier war ich zweimal gespielt hier war ich zweimal drin hier waren wir zweimal drin dann ist ja ein bisschen komisch die gibt es nur eins kapitel 1 vielleicht ganz zum schluss noch mal dann machen wir nach der pause noch ein bisschen unseren weg in ein neues gebiet wüste oder was kapitel 10 kapitel 9 11 denn hier geht er muss irgendwie so zick zack werden na gut wie dem auch sei dass wir machen erst mal unser gegebenes päuschen und sehen uns gleich hier wieder bei ukulele 2 ums kurz zu sagen und dann und dann und dann